Dann hast du nachher keine Kontrolle. Schön gleich. Und dann richte dich in die Ecke rein. Durchbarrieren. Die können ja durchbarrieren. Dann hast du wieder Kontrolle. Guck hin. Guck hin. So. Knoten. Komm schluck an. Nicht schneller, nicht schneller. Mach nichts. Knoten. Noch zum nächsten Sprung. Auf die Lez. Knoten. Knoten. Vom Knoten. Knoten. Okay, dann machen wir jetzt noch ein bisschen. Na, 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 na.